so freunde willkommen zum ersten tag der sturm angriff turnier ist alles sehr schnell fünf sterne und blaues gesperrt sehr schön heißt wir können kein grimmstall mitnehmen das ist bedauerlich und das ist auch sehr bedauerlich so ne kacke the one family wenigstens einer der auch was drauf hat gut okay ja dann würde ich sagen starren wir direkt rein let's go in google alter komplett gargoyle what the fuck okay okay wir machen wieder das normale melancholia können wir leider noch nicht mitnehmen wir werden aber wieder das das übliche erstmal machen nämlich den den mana stinker machen wir ja also im endeffekt und rolle ohne ende und dann mal rein mit dicken snipern und einer davon wird leo sein der andere wird mayana sein aber fast rainbow hast ein rainbow team das ist schön da wird irgendwas bestimmt dann an steinen dabei sein oder mal ehrlich irgendwas muss da dabei sein so hier der ihrwitzhammer könnte unseren ludwig bearbeiten das aber kriegen wir hin so mayana für ihn leo für die beiden was man den hier noch mal alles verwelken und so ein ganzer blödsinn wir gucken einfach wir haben heilung let's go schau mal was geht okay das ist schon mal ganz nett wir müssen das nur vernünftig spielen ja gut wir haben ja alphaspot drauf ja okay mach mach halt hör halt gar nicht mehr auf wir haben ja den alphaspot drauf das ist ja in ordnung so okay ähm ich möchte erstmal feuern ähm wir machen was da wo können wir denn ghosten wir können hierbei hier können wir rot ghosten klauen ja sowieso mana ah da muss ich jetzt ach er hat den scheiß drauf ne ah wir zurück ah blödsinn okay weißt du was wir machen wir killen ihn gehen da hinten hin so okay dann machen wir das dann schauen wir erstmal was so geht holen wir uns erstmal die herrin da gibt's ordentlich zunder ja er ist weg da können wir auch einmal rot rein spielen helfen wir da ein bisschen nach ähm da 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 oder so okay numero uno ist weg so jetzt ist das auch weg jetzt können wir das anmachen damit er die volle breitseite vom ihr witzhammer kriegt tu mir leid ludwig ah das kriegst du doch nicht ja wie ist immer was schon reingehabt so ich müsste eigentlich ja ist eigentlich egal wir sind in einer guten position das sollte jetzt äh nicht mehr schief gehen weil jetzt haben wir ludwig halt am laufen ne und dann heißt dementsprechend auch dass unsere mana leute laufen und dann ist es nur noch eine frage der zeit bis unsere sniper das erledigen und dann noch diesen schönen nachbrennen effekt ne das ist halt auch ganz nett so dann noch einmal und dann haben wir den ersten fight souverän gewonnen und so wird es hoffentlich weitergehen bei tuns müssen wir uns natürlich was anderes überlegen ne ja da ash the red ok ja da ist jetzt mit asla das ist nicht so geil da brauchen wir auf jeden fall jemanden der leant ganzen brandquatsch und das hier ähm ok sonst mal hier überlegen ein cleaner das wäre ja hier ich brauche einen der der offensiv clean na so ein aggressiver cleaner weißt du was ähm was ist denn hier ein aggressiver cleaner wäre es nur evelyn na das ist aber doof sonst kein aggressiver cleaner was ist das denn für ein quatsch wieder kann aber nicht odile als als heilerin nehmen da werde ich ja ganz obwohl da sind ja tuns wir spielen ja sowieso ohne tuns äh ohne ohne mana kontrolle machen das ja sowieso ein bisschen anders ah ne odile kann ich nicht oh ne oh böse oh ganz grober quatsch dann äh nehmen wir ihm ja hier alles weg so aber wir spielen selber mit tuns das machen wir schon und da können wir ruhig die beiden hier nehmen und einen heiler brauche ich aber sowieso ähm da würde ich tatsächlich wie nehmen wir denn da als irgendwie was solides so eine blüte entfernt auch boni beim gegner haben wir hier boni beim gegner ja ja auja scha okay dann ist äh blüte unser unser mädchen die mit darf passt alles okay dann äh let's go da 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 oh wow okay ja wir haben ludwig deswegen hauen wir erstmal alles rein in asla was wir können er wird ja gleich sowieso auslösen aber wir holen uns auch erstmal noch hier so jetzt haben wir nämlich auch unseren ludwig an das ist gut ja auch wenn das weh tat aber das ist halt hier auch kein spaß ne so wir können vivica einsetzen gehen wir auf scha hier wird gleich geheilt okay vielleicht haben wir glück und es funktioniert ja ja oh oh glück gehabt mit den roten alles alles cool alles in ordnung so jetzt heilen wir wir entfernen und knallen ihm jetzt da hinten erstmal eine breitseite rein mit den beiden dann ist er nämlich auch weg so ciao gut als nächstes kümmern wir uns um sie kümmern wir uns um sie kümmern wir uns um sie so du bist auch weg und jetzt heißt es eigentlich dass wir ähm unser feuer auf einen von den beiden konzentrieren in dem fall ist es jetzt leo und dann müssen wir halt gucken dass wir ähm noch mal den ludwig ankriegen wegkriegen ich habe jetzt reingespielt ja ist jetzt ein bisschen doof weil er vielleicht gestorben wäre und so ne aber ich wollte ludwig jetzt nochmal anhaben wir arbeiten ja daran äh dass wir da den leo wegkriegen ich habe auch kein rot mehr ne jetzt rot muss ich mich jetzt echt auf ludwig verlassen so ok ja das wird jetzt äh ein bisschen länger dauern weil sie wird wieder stehen sie wird nur wieder stehen aber wir machen das schon zack 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 achso ist nicht mehr an ja warte mal dann müssen wir da nochmal nachhelfen so weil jetzt haben wir auf einmal rot also das geht jetzt nicht 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 triggern mach nicht länger als es sein muss ok alles klar normalerweise stellt man nicht heiler nebeneinander ne das ist eigentlich ganz böse aber oh schön Elena ok das ist cool mach nimm mal gegenschlag jetzt auf na verbündete ok ja bonientferner ist ja nicht schlecht das team können wir eigentlich so nehmen ja nehmen wir auch so ok ok ja nicht der plan ok so ist der plan aber noch gut ok zack dann machen wir das so sie darf auslösen ja dunkelfeder musst du jetzt nicht unbedingt auslösen aber wir arbeiten ein nach dem anderen ab wir können das ja sowieso jetzt erstmal den ganzen quatsch da wieder entfernen so erstmal bbk an sind halt weg so der ganze quatsch ist weg so auf dieses wachstum stehe ich ja gar nicht deswegen muss er weg Glück haben können wir halt zeitnah irgendwo dann mal ghosten oh der tat weh he 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 so die beiden haben ja nur den Gegenschlag ne also wird jetzt nicht so dramatisch schlimm das heißt wir kümmern uns dann erstmal um Asla und dann sind wir weiter was da so kommt wenn wir es nicht entfernen können ist halt blöd ne dann müssen wir uns die vivika aufheben damit wir dann danach direkt hoch heilen können ok dann gehen wir erstmal hier hinten auf den Asla hm gut ähm teilen wir den Ludwig mal hoch so dann können wir da schon mal so gut versuchen wir mal eben zu dispellen vielleicht funktioniert es vielleicht haben wir Glück ok funktioniert nicht ähm naja dann müssen wir drauf feuern geht nicht anders tot der Elena besser gucken dass wir das irgendwie dann dass wir irgendwie vivika dann umgehen ähm dass sie dann halt mit einem Schlag sag ich mal beide dicken Specials draufknallen auf die Elena und dann äh ja halleluja also praktisch so so dann ghosten jetzt in dem Fall können wir dann sogar mit Blüte einmal kurz heilen das ist ja auch von oh jetzt haben wir es sogar weggemacht ja siehst du mal ist doch schön ah jetzt geht das wieder ok so wollen wir es jetzt machen oder was warte mal wir gucken mal eben ach nein mach nicht so einen Quatsch jetzt lass das sein ok puh so ok ja jetzt ist es wieder gegen vivika schön dass vivika da so alleine steht freut sie bestimmt immer dass sie von allen verlassen wird gut ich muss jetzt eigentlich nur irgendwo spielen dass sie möglichst wenig Treffer kriegt das ist einfacher gesagt als getan weil ich es nicht hinkriege scheiße aha ja ja gut dann müssen wir es mal so machen ich möchte nur irgendwo nicht volle Lotte rein spielen dann machen wir es mal so dann haben wir die Mayanna nochmal an ja ok Glück gehabt so Shelby GT tut mir leid das ist eine gute Sache gegen Toons das Team das gefällt mir ja kommt natürlich auch ein bisschen auf den Gegner an so was wir da haben ne vivika schon wieder ja Death Trap mit Kargan ja schön wieder die vivika ähm ja wir nehmen Leo wieder mit gegen Odile ich habe nicht Odette gesagt haha ja das gleiche Team Boni Entfernung brauchen wir tatsächlich nicht funktioniert eh nicht das heißt hier sind jetzt auch drei Nicht-Toons wir könnten hier auch einen Griffix oder einen anderen Hitter mitnehmen hm 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 tja ich überlege ob ich einfach mal Rakete mitnehme der im Rush der ist bestimmt auch lustig im Rush komm lass den mal nehmen wir haben auch die Fünf-Sterne-Truppe ich meine da ist viel Heilung dabei ja ich weiß und wenn die tanzen aber lass mir doch den Spaß so machen wir das erstmal so schön dann haben wir schon mal Lila das ist gut so Ludwig schon mal an dann schauen wir mal was der Rest hier so macht so vivika heilt jetzt eigentlich Quatsch da irgendwas zu spielen dann hauen wir gleich erstmal tolle Lotte auf einen drauf und gucken mal ob wir da einen rauskriegen den beiden zusammen könnten wir sogar tatsächlich versuchen sie hier raus zu knallen Aua das hat ja mal so gar nicht geklappt oi ähm Kargan könnte echt echt Aua machen wir spielen da mal rein das war gut ach der feuert schon ja es ist zum Glück kein Uwe ne hehehe der Uwe der ist auch ein ein Monster gewesen so ähm sie wird sterben wir werden danach hier spielen Pfefferflamme kommt Pfefferflamme ist uncool Pfefferflamme könnte ihn sogar rauskegeln oh da muss ich mich drauf vorbereiten ich hoffe er überlebt ist ich hoffe er überlebt ist oh mit sieben juhu hei jo das war knapp holy moly das war knapp ok wir gehen weiter auf Kargan ich brauche da hinten einen Spot wo wir ghosten können ja ok aber er hat gut eingesteckt jetzt können wir werden wir Kargan da hinten auch los ok sehr gut und wir haben den mana boost das heißt als nächstes hauen wir Pfefferflamme raus und dann geht es uns eigentlich gar nicht mal so schlecht ok so wir machen das hier mal ich kann nicht irgendwo ghosten oder muss ich Pfefferflamme killen muss Pfefferflamme killen ja naja komm ich bin mit dir so machen wir die vier naja tut jetzt ein bisschen weh ja weil wir können ja auch wir können ja auch heilen und wir konzentrieren dann unser Feuer halt auf Kardinal so er hat jetzt Deckung gegeben ähm wir lassen wir lassen Vivica mal feuern so mach du mal so so natürlich auch so dass wir irgendwann dann auch an unsere Steine wieder rankommen müssen so wie jetzt das war wichtig so ähm ich warte ich spiele jetzt extra hier viel in der Mitte damit äh wir gleich vielleicht irgendwo einen Spot haben zum Ghosten den wir hier haben und dann äh feuern wir alles was wir haben und lassen das wirken und schauen jetzt dass wir irgendwo weiter ghosten können hier ein bisschen vielleicht kommt hier Geld mit sehr schön und dann haben wir das gewonnen wir sehen wie viel Schaden das war die Bombe auch mit dem Brand und mit der Bombe waren es glaube ich über 500 Rundenschaden zwischen 500 und 600 das ist nicht schlecht so okay letzter Elkanen okay wieder 3 Toons Boni Entfernung mhm okay ja nochmal so spielen ein hier ist der Leo drin ne ah ja 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 das könnte böse werden für für Ludwig der kann ihn one shot naja one shoten vielleicht nicht aber so ein brutal damagen okay wir versuchen das Ludwig ist nicht optimal aber er ist halt ein cooler ein cooler Dude oh je der wird nicht auslösen glaube ich der coole Dude ah vielleicht auch mal schauen wir holen uns erstmal im Rot ein bisschen sehr viel jetzt was da alles so gekommen ist so okay sie löst aus prinzipiell nicht schlimm weil der Spot war eh nicht mehr aktiv und jetzt haben wir ihn wir machen ihn an Mana muss rollen ne das ist das was am wichtigsten ist so gehen wir auf ihn ach so er funktioniert so gehen wir wieder drauf es ist vielleicht sogar clever ihn jetzt zu schützen indem wir sie auslösen lassen ich weiß nicht aber er hat Verteidigung hoch und gegen Spezialfähigkeiten naja muss das eigentlich muss er das überleben wer beleidigt wenn er es nicht schafft guter Boy überlege ob ich nicht vielleicht doch Blüte erstmal rauskegel so Blüte weg haben wir ein bisschen mehr Platz zum Ghosten kann auch nicht verkehrt sein dann müsste man gucken ob man Domiventus raushaut Domiventus stinkt auch ganz großer Stinker ist das ja ist in Ordnung wir spielen hier weiter weil hier haben wir die Bombe unterwegs ne wir wollen nicht dass Vivica da heilt er soll er soll das selber machen er soll sich wenn dann selber heilen dann kriegt er nämlich Brandschaden das ist gar nicht mal so blöd was wir hier gerade machen er hat sich da jetzt hat er einen Brandschaden oder er ist nicht widerstanden das ist sehr gut da nehme ich auch noch eine Gefahr im Endeffekt killt er sich jetzt da gerade selber he hee so und jetzt ähm heißt es wieder alle Specials sammeln und dann hau Rookie auf Vivica der Vorteil ist jetzt Vivica ist da hinten das heißt wenn wir hier auf der Seite irgendwie rot kriegen dann können wir ihr da auch noch ähm Rocket Bällchen da hinschmeißen aber sie ist sowieso down ok schön schön gute Sache schöner erster Tag ich glaube das ist ein gutes Mittel das Team gegen Toons und wenn es nicht gegen Toons ist dann mit ähm äh Mana Kontrolle das ist natürlich ein bisschen schade aber wir sind schon direkt bei ähm den dicken Gegnern ne also nur Toons sowas hier hey yo ok ja bin ich gespannt werden wir sehen wie es läuft ähm da würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao her 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 Vielen Dank.